Die Komplementär, die Ganzheitsmedizin wird ernst genommen. Und alle sind gekommen. Ich bin noch ganz berührt von der schönen Veranstaltung, von dem wunderbaren QS24 erwartet. Der Austausch mit all diesen grandiosen, tollen, fantastischen Menschen. Ich hatte so unglaublich viel Spaß auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich unglaublich viel gelernt. Das, was hier passiert, ist Meilenstein in der Medizin. Wenn solche Persönlichkeiten an einen Ort kommen, ist das immer was Besonderes. Ich sehe die Preisträger und wie hochkarätig sie sind. Und ich habe wirklich das Gefühl, es kommt jetzt was in Bewegung. So viele wunderbare Menschen. Und all diesen Menschen geht es um viel, viel mehr als dankbar und glücklich, so etwas in den Händen zu halten. Es hat es ja noch nie gegeben, wenn solche Stars wirklich alle einzufsitzen. Unser gemeinsames Highlight heute war im ganz Besonderen, weil einer überrascht worden ist, der uns unglaublich am Herzen liegt, der es absolut verdient. Und es war... Das erfahren Sie am 26. November um 20 Uhr auf Quest24. Sie in derında können sich. So ist es eine goldene Es hat nur bei der Fragen zu Ihrener Mit den Menschen in der heutigen Kleinen Andер Antes So polize You can see You can see My richness You can see You can see You can see